...40 möglichen Punkten. Das muss nicht sein. Bridget O'Brien aus Neuseeland, ein bisschen ein Entwicklungsland in der rhythmischen Sportgymnastik. Sie ist 15 Jahre, es ist ihr erster internationaler Einsatz und sie liegt ganz hinten in diesem Feld der 29 Gymnastinnen aus, glaube ich 20 Nationen. Was kann man machen in einem solchen Land, Karin, bulgarische Trainerinnen verpflichten? Ah nein, also das ist, glaube ich, nicht immer notwendig, aber man muss natürlich ganz von unten anfangen mit Nachwuchsarbeit. Da gehen mehrere Jahre ins Land, bis man dann die Früchte der Arbeit sehen würde. Fallen gelassen, grobe Unterbrechung, wird sie mehr als drei Zehntel kosten. Und dann wieder am Band hängen geblieben, das ist sehr schwierig bei dem Gerät, jede Berührung mit dem Band kostet ein Zehntel. Da schon wieder, das ist eben Technik. Das ist auch ein bisschen lang, das Band, sechs Meter, glaube ich. Ja, ja, also hinderlich. Ja. Ein kleiner Wurf. Ja, eigentlich sind die Würfe schon so ein paar Meter höher normalerweise. Aber freuen wir uns, dass es rhythmische Sportgymnastik auch in Neuseeland gibt. Zwei Wertungen noch schnell. Tanja Dürba aus der Schweiz mit dem Reifen 895 und Goya Rumänien mit dem Ball. Schön Christoph growner. Vielen Dank.